Musik Servus liebe Freunde, Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben in der letzten Folge die Setzlinge, das Holz und den Rollrasen, ja ich doof Kopf, komplett hierher gefahren. Und jetzt sollte ich erstmal die Ladung lösen, so, gerade mal kurz gucken, was eigentlich unser Vorarbeiter macht, ob der jetzt noch was zu tun hat oder nicht. Und es gab noch was, da will ich mich auch gleich mal drum kümmern, denn ihr habt mir einen guten Tipp gegeben, ja hier, den können wir gleich mal starten, denn ihr habt gesagt, ja das Ruckeln, das könnte ich durch die Grafikeinstellung ein bisschen beheben. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, Grafik, das ist die Auflösung und soweit alles okay. Grafikqualität sehr hoch, da gehen wir mal einfach nur auf hoch, dann schauen wir mal, ob das eventuell ein bisschen besser für uns klappt. Wir gehen mal auf übernehmen, so, schließen. Oh, ich hoffe, der hat jetzt die Grafikeinstellung übernommen, wir gucken nochmal rein. Auf hoch, genau, alles klar. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt eventuell ein bisschen ruckelfreier läuft. So, einmal die Stützfüße ausfahren. Würde mich natürlich freuen, wenn es dann ein bisschen ruckelfreier ginge. Ja, wie gesagt, dann ist das vielleicht ein bisschen eleganter und sieht auch ein bisschen schöner aus. So, gehen wir mal in den Baummodus. Also ich sehe jetzt noch keinen direkten großen Unterschied, aber ich glaube beim Fahren oder beim Bewegen werden wir das dann eher mitkriegen. Oh, ich sehe gerade, oh wow, cool, kriegt ihr wieder einen kleinen Schock. Ähm, weil, ja, das dann doch immer ein bisschen lauter wird. So, da schauen wir jetzt mal. Erstmal laden wir jetzt alles hier ab. Oh, noch ein Stückchen. So, dann haben wir den schon mal. Ja, einmal nach links rüber. Und ja, Fläche groß genug, kein Problem. Oh, gehen wir hier. Sollte vielleicht auch rausfahren. Weil ich möchte das eigentlich ganz gerne erstmal weiter hinten deponieren. So. Gucken, ich hoffe, wir kommen da. Ja, für die sechs Paletten sollte das reichen. So, dann lassen wir das hier mal ab. Voila, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann fahren wir den gleich wieder ein und ziehen zurück. Denn das mit dem Pool möchte ich jetzt langsam mal zum Abschluss bringen. Ich möchte natürlich auch mal gucken, was denn bei rauskommt jetzt. Viel Geld springt ja nicht raus, haben wir gesehen. Aber vielleicht kriegen wir ja dadurch eine neue Freischaltung. Das wäre ja gut. So, so stehen wir ganz gut. Noch ein Stückchen runter. Voila, dann haben wir gleich den nächsten hier an der Backe. Hauen wir den gleich auch wieder raus. Ich denke mal, den können wir da gerade nebendran stellen. Sechs Palettchen ist ja nicht jetzt so die Welt. Also da haben wir ja genug Platz. So, stellen wir die hier ab. Okidoki. Und gleich wieder zurück die nächste holen. Ja, das geht jetzt eigentlich relativ gut. Ich denke mal, das macht es dann, hoppale, ein bisschen einfacher. Vorausgesetzt, man trifft die richtigen Tasten. Ja, das ist immer so ein Ding mit Kran und so weiter. Da werde ich mich anscheinend nie richtig dran gewöhnen, dass da immer hundertprozentig die richtigen Tasten erwische. So, den noch ein bisschen runter. Dann müssen wir den, genau, jetzt sauber aufheben können. So, Rollrasen rüber. Geht ja jetzt sozusagen auch immer ein Stückchen schneller, weil wir natürlich immer weniger Weg haben. Haha, naja, ich weiß nicht, ob die paar Zentimeter jetzt so viel ausmachen. So, stellen wir den mal hier drüben hin. Oh, etwas wild abgestellt, aber hat gerade noch funktioniert. Da waren es nur noch drei. Weiter rein können wir nicht. Das heißt, wir müssen hier wieder hoch und dann da runter. Genau, so, oh, jetzt, den wollte ich doch gar nicht. Versuche ich den mal, ja, das habe ich mir gedacht. Ich wollte den einfach vor sich da drüber heben und schon habe ich es umgekippt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich da gleich wieder drankomme. War jetzt so eigentlich gar nicht geplant. So, einmal das Ganze hier abstellen. Okay, okay. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das hier hochgehoben kriegen. Denn, ähm, ja, habe ich jetzt ein bisschen ungünstig platziert. Das wird jetzt hochinteressant. Mal gucken. Äh, ja, 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 ja. So, also erstmal ein Stück vor. Dann am besten hier ein Stück runter. Oh, ob ich den jetzt noch kriege? Tatsächlich, ich kann ihn anhaken. Ähm, so, dann ziehen wir den mal langsam zurück. Gleichzeitig ein bisschen hoch. So, und jawohl, wir haben es gerettet, alles klar. Alles gut gelaufen soweit. Jetzt können wir sie doch noch abladen. Ich habe eben gedacht, die hätte schon wieder den nächsten großen Bock geschossen. Aber funktioniert. So, dann setzen wir die noch hier runter. Ich denke mal, so können wir sie absetzen. Ich hoffe, dass wir da nirgendwo im Weg stehen. Nö, auch das passt wunderbar. So, und jetzt haben wir nur noch die eine Palette. Da ist, da gehen wir mit dem Arm schon mal ganz nah oben. So, und, ähm, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Die ist ein bisschen rangerutscht. Ich hoffe, ich komme da trotzdem ran. Ja, klappt. Oh, klappt sogar super. Hätte ich gar nicht geglaubt. So, da ist er. Einmal auch diesen. An den Haken. Und das ist die letzte Palette jetzt. Bedeutet, wir können jetzt wahrscheinlich gleich hier diesen Bauabschnitt auch beenden. Ah, so wollte ich eigentlich nicht. Aber es hat funktioniert. Ähm, ja, mehr schlecht als recht. Gut, ähm, ja, ich soll den Baustellenbereich frei machen. Das heißt, ja, damit ist dieser Abschnitt erledigt. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal schauen. So, gucken, dass es diesmal vielleicht gleich akzeptiert. Jo, diesmal hat es funktioniert. Wunderbar. Dann einfach nur noch die Stützen einklappen. Dann schauen wir uns das gleich jetzt mal an. Ähm, da müssen wir erstmal von der Baustelle weg. Und dann am besten irgendwo auf die Seite fahren. So, das heißt, wir werden mal dezent so rum einschlagen. Und gucken, dass wir hier runterkommen. Weil ich würde ganz gerne nämlich zum einen den Verkehr im Auge behalten. Aber zum anderen würde ich auch gerne sehen, was ich da jetzt verändert. So, danach können wir raus. Nein, jetzt schwingt der doch wieder rüber. So. Jawohl. Und, äh, ja, es hat sich irgendwie gar nichts getan. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. So, sieht irgendwie framed aus. So, Abschnitt abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Wir fahren hier erstmal ein bisschen auf die Seite, damit wir den nachfolgenden Verkehr nicht blockieren. So, ich denke mal, so müssten die dann rauf vorbeifahren können. Jawohl, das passt. Einmal aussteigen. Oh, wir sollen nämlich jetzt einen Vorarbeiter ansprechen. Mal gucken, was der jetzt für uns auf der Pfanne hat. Aber, ähm, ja, vorher gucke ich erstmal, was das jetzt bewirkt hat. Im Moment sehe ich nämlich null Unterschied. Gar nichts. Wo ist das Material hin? Biss ich es fort? Na ja, dann schauen wir, was der Kollege zu uns zu sagen hat. Der Bürgermeister ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Der Pool ist aber auch wirklich nicht schlecht geworden, wirklich sehr schick geworden. Äh, noch während er uns für die gute Arbeit gelobt hat, ließ er durchblicken, dass die Stadt wohl schon länger Pläne für ein neues Schwimmbad, in der Schublade hätte, und, ähm, ja, dann hätte er auch gerade herausgefragt, ob wir nicht den entsprechenden Ausschreibungen teilnehmen wollen. Teilnehmen wollen. Ich habe es heute beim Lesen. Ähm, ich habe sofort eingewilligt. Ich nehme an, das hättest du an meiner Stelle auch getan. Naja, das klingt ja fantastisch. Ja, das dachte ich mir auch. Ich bin mal gespannt, ob wir den Zuschlag bekommen. Garantiert bei unserem Glück. Ähm, ich drücke die Daumen. Bis es soweit ist, mache ich mal weiter. Melde dich, sobald du was Neues hörst. Ja, das ist schön. So, damit haben wir den Auftrag erledigt. 126.000 Euro gab es. 5.000 Erfahrungspunkte. Das war natürlich sehr, sehr wichtig. So, und jetzt will ich mal gucken, wie der Pool aussieht. Wow. Wow. Also dafür, dass das eben noch so nach Garnisch aussah, sieht das richtig klasse aus jetzt, ne? Ja, so einen Pool hätte ich mir auch hinbauen lassen. Allerdings nicht unbedingt für 125.000 Euro, aber sieht richtig, richtig gut aus. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt bin ich hier in der Baustelle drin, äh, beziehungsweise auf dem Grundstück und komme nicht mehr weg hier. Da komme ich auch nicht raus. Ich muss eigentlich nach da vorne. Ich komme hier nicht mehr raus, Mami, ich will heim. Okay, das klappt so jetzt nicht. Das heißt, wir werden das ganz anders machen. Ähm, wir werden einfach in den Pritschenwagen mit Kran einsteigen. Dadurch sind wir nämlich auch wieder draußen. Aber das haben wir jetzt zumindest schon mal erledigt. So. Und insgesamt, glaube ich, ist das Ganze hier auch mittlerweile ein bisschen ruckelfreier geworden. Scheint also wirklich hier ein bisschen zügiger zu laufen. Ähm, das Aufbauen geht auch ein bisschen schneller. Aber ich glaube, der Tipp war gar nicht schlecht. Da nochmal vielen Dank dafür. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal die nächsten Aufträge an. Denn wir sind ja jetzt im Moment ohne Arbeit. Und jetzt kommt das Stadionbad. Wow. Und das erinnert mich an etwas. Da sagte mir nämlich Poseidon etwas von wegen, da müssen wir auch mit dem Radlader ran. Da müsste es irgendwo eine Kategorie geben mit der Nummer 3, glaube ich. Oder eine Ramp, die dann runter geht. Ich glaube, das war hier dieses Stadionbad. Ähm, da ist jedenfalls richtig, richtig viel zu tun. Ja, den Auftrag nehmen wir natürlich auch gleich an. Weil, den möchte ich natürlich auf keinen Fall, äh, ja, verpassen. So, ähm, was soll man jetzt machen als erstes? Vor, weiter ansprechen. Ist der jetzt wieder bei uns auf der Hütte? Oder ist der, ähm, jetzt schon in der Baustelle? Ich glaube, der ist hier bei uns auf dem Firmengelände. Hier übrigens diese Silos, da, diese Flachsilos, da konnte ich leider keine Erde abkippen. Das ist ein bisschen schade. Hatte der Meckvoragu ja vorgeschlagen, aber ich wüsste auch nicht, wo das sonst noch gemacht werden könnte. So. Das heißt, wir bauen jetzt ein Stadionbad. Mein Gott, Olympia, wir kommen. Ja, das wäre natürlich mal richtig gut. Und ich sehe gerade hier haben wir noch Tannensetzlinge. Die könnten wir irgendwann auch noch verarbeiten. Aber jetzt hechten wir erst mal zum Chef. Mal gucken, was der will. So. Der Baudezernit der Stadt hat sich gerade gemeldet. Es hat geklappt. Wir haben den Zuschlag für das neue Schwimmbad erhalten. Es wird gegenüber vom Sportgelände errichtet und den Namen Stadionbad tragen. Meine Güte. Und wir haben es geschafft. Das ist ja fantastisch, dass es geklappt hat. Ja, haben wir auch gerade angenommen. Cool. Ich nehme an, dass der Bürgermeister uns aufgrund seiner eigenen Erfahrungen empfohlen hat. Aber das wird sicher nicht das einzigste Argument für uns gewesen sein. Immerhin haben wir jetzt schon einiges an Erfahrung vorzuweisen. Das stimmt. Mittlerweile haben wir schon so gut wie alles mal gemacht. Na, dann fangen wir am besten direkt an. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Jo, das klingt gut. Darf ich jetzt schon wieder 100 XP bekommen. Schön. Und jetzt muss ich mit dem Bagger wieder ran. Also, das machen wir wieder auf die altbewährte, coole Art. Wir nehmen uns mal den grossen Bagger. Der grosse Bagger. Und switchen damit mal auf die Baustelle 2. Das sollte nämlich jetzt unser Pool werden. Oh, das können wir uns leisten. Da fahren wir mal hin. Oder lassen uns hinbringen. Und ja, auch das Laden geht schneller. Und oh je. Wir haben einiges zu baggern. Oh mein Gott. Und das ist ein großes Grundstück. Das heißt, wir haben anscheinend ziemlich viel zu machen. So, wir müssen gleichzeitig auch noch, sehe ich gerade, 10 Kubikmeter Erde zum Kieswerk bringen. Das trifft sich gut. Denn in unserem Muldenkipper haben wir nämlich auch noch ein bisschen Erde drin. Dann werden wir das vielleicht mal zuerst machen. Dann können wir nämlich so die erste Fuhre im Prinzip dann gleich vom Bagger aus wieder in den Muldenkipper schieben für den nächsten Auftrag. Wir gucken mal gerade. Kieszwerg ist wahrscheinlich wieder das eine. Ja, erinnert sich ja nichts. Die kommen leider nicht noch dazu. Das heißt, wir dürfen ja noch die ganze Strecke hochfahren. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Also, komme ich denn überhaupt raus? Ja, da komme ich raus. Das ist gut. Dann fahren wir nämlich hier rum. Halt. Ich muss ja da hochfahren. Ha, wäre ich jetzt fast wieder falsch abgebogen, oder? Fahren wir doch so rum? Na, wir fahren mal so rum. Geht beides. Ja, viele Wege führen nach Rom. Also, nehmen wir mal den, der uns am einfachsten da hinbringt. So, und das Fahren geht auch rieffrei. Also, nochmals danke für den Tipp mit der Grafikeinstellung. Das hat dann doch schon ein bisschen was ausgemacht. Es ruckelt nicht ganz so brutal. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Grafikeinstellung noch eins runternehme. Will ich aber eigentlich nicht, weil so ein bisschen Qualität wollen wir ja schon haben. So. Und ja, erste Qualität, die wir haben, ist die Qualitätsprüfung der Bremse. Denn wir stehen an einer roten Ampel. So. Funktionsprüfung bestanden. Der steht ein bisschen über die Linie raus. Ist aber so weit, ist mal kein Problem. Dann fahren wir erst mal weiter. Und ja, ihr könnt mal reinschreiben, die Kommis, ob das jetzt so von dem Ruckeln ein bisschen besser geworden ist. Wenn nicht, kann ich, wenn ihr möchtet, auch die Grafik nochmal eins runter schrauben. Einfach mal zum Vergleich, zum Gucken. So, mal gucken, ob die Herren losfahren. Jawohl. Nein, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber bis zum Kieswerk würde ich nach Möglichkeit ganz gerne noch fahren. Mal schauen, ob wir da noch hinkommen. Ich meine, da ist ja noch eine ganze Ecke zu fahren. So. Hier sollten wir ein bisschen langsam machen. Weil, ja, wir kommen von einer nicht vorfahrtsberechtigten Straße, oder wie sich das schimpft. So, nach dem kleinen roten Ding, was da mal ein Auto werden soll, können wir fahren. Ja, und da kommt noch einer. Sorry, jetzt habe ich dir gerade... Ja gut, danke, dass du mich durchgelassen hast. Hüßel, Hüßel, das war mal dezent die Vorfahrt geklaut. Ja. Na ja gut, an der Ampel hätten wir uns eh wieder getroffen. Aber trotzdem natürlich nicht so ganz die feine Art. So, dann schauen wir mal. Weil wir haben 20 Kubikmeter Erde drin. Das dürfte also für den Teilauftrag dicker reichen. Und danach werden wir ganz einfach dann mit dem Muldenkipper runter zur Baustelle fahren. Dann können wir zumindest so die ersten Kubikmeter schon mal da rein schaufeln. Bevor wir uns dann wieder im Kopf machen, wo wir denn die ganze Erde hinpacken, damit es uns nicht stört. So. Bis jetzt haben wir sogar Glück mit den Ampeln. Ja, das sieht richtig gut aus. Und so viel Grün hatten wir schon lange nicht mehr. Das müssen wir mal richtig feuchtfröhlich ausnutzen. Äh, vielleicht ohne... Eiei, wenn... Nee, siehs. Komm, ich werde gern zurückfahren. Naja, war eine Opel, ne? Gut, weiter geht's. Ähm. Hier steht nur Opel Astras. Auch nicht schlecht. Aber noch die alte Serie. Puh. Zum Glück fahre ich keine Opel. Ich meine, ist jedem seine Sache. Mein Automarke wäre das nicht. Wobei, wenn man so im Moment hört, was mit VW abgeht, ne? So von wegen Razzia und, ähm, Abgas und Tralala. Das ist auch nicht so das Feine. Wenn das wirklich alles so ist. Ähm, ja. Mal gespannt, was da noch alles rauskommt. Von dem Imageverlust mal ganz abgesehen. Haben sie ja jetzt schon allein für Amerika und Co. Einige Milliarden Dollar, beziehungsweise Euro an Verlusten schon und Schadensersatz eingeplant. Also, das geht, denke ich mal, ganz böse ab, ne? Ähm, ja. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch rumkommt. Und wer denn noch so alles verstrickt ist, ne? Es sind ja noch andere Automarken, die da langsam ins Gespräch kommen oder schon im Gespräch sind. Ähm, ja. Ne? Ja, man verlässt sich ja als Kunde erstmal auf die Werte, die auf dem Papier stehen, beziehungsweise einem vom Verkäufer genannt werden. Da hat man nicht viele Alternativen, ne? Ja, gut. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Hier geht es jedenfalls erstmal weiter mit einer roten Ampel. Ja, warten wir hier mal kurz. Und ich merke schon, das wird jetzt eine Minute länger. Wir gucken mal gerade. Wir haben nicht mehr allzu weit. Naja, ich denke mal, das nehmen wir heute noch mit. Dann machen wir eine Minute länger. Ich glaube, das werden wir verkraften. Und dann sind wir zumindest beim Kieswerk, geben die Erde ab. Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Geld für. Und ich sehe auch gerade, der nächste Abrechnungszeitraum ist auch gleich schon wieder fällig. Da geht schon wieder viel von unserem teuer verdienten Geld weg. Ähm, wo fahren die gerade hin? Also, die wollten die Spur noch wechseln. Auch in Ordnung. So. Na, wo willst du eigentlich hin? Weißt du es bald? Na, erst rechts, dann links. Ey, alter, du... Ouh. Und jetzt? Ist es grün? Ah, jetzt lenkt er hier ein. Ach, er biegt jetzt doch ab. Okay. Ist bestimmt nicht von hier. Ein Ortsfremder. Oder der hat Angst gekriegt, weil ich vom großen Muldenkipper komme. Wollte gucken, wo ich hinfahre, damit er ganz schnell wegkommt. Kann natürlich auch passieren. So. Und wir nähern uns dem Kieswerk. Haben jetzt so langsam den Endspurt hier nur noch an der Gärtnerei. Vorbei wollte ich schon fast sagen. Aber wir kommen ja von der anderen Seite. Waaah. Jetzt habe ich gerade da auf dem kleinen Güllestreuer bzw. Wassertank links geguckt. Mich an Landwirtschaftssimulator erinnert. Und bumms, krache ich in den Zaun rein. Oh, joi, joi. So. Aber jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Denn wir sind auf dem Endspurt. Ich kann das Kieswerk förmlich schon riechen. Ja, irgendwo da vorne müsste es jetzt eigentlich sein. Bald demnächst. Irgendwann. Um die nächsten Ecken. Hinter der Kurve. Hoffe ich. Ja. Ja. Wo ist denn das Freund Kieszwerk? Mein Gott. Die Strecke ist länger als befürchtet. Ich hatte die gar nicht so lange in Erinnerung. Ich glaube hier rechts müsste jetzt aber gleich die Einfahrt kommen. Ha, da ist es ja. Hallo Kieswerk. Wunderbar. Dann kriegen wir dich ja heute doch noch beschäftigt. So. Denn das möchte ich wie gesagt heute noch machen. Hat nämlich den Vorteil, wir können uns dann beim nächsten Mal direkt zur Baustelle begeben. Und mit dem Buddeln anfangen. Ja. Sehe ich gerade nicht viel. Ja. Einmal auf die Waage. So. Dann einmal hier nach links. Dann müssen wir das Ganze gleich abschütten. Ja. Und lassen gleich rückwärts hier in die Rampe ranfahren. So. Gut. Noch einmal ran. Ups. Ranrangieren. Die Mausempfindlichkeit ist geil. Wenn ich da ein bisschen drehe, geht es da gleich richtig böse ab. Ja. Das müsste gut hingauen. Und einmal das Ganze noch abkippen. Dann haben wir das nämlich auch weg. Ich bin gespannt, wann er die 10 Kubikmeter zählt. Ja. Die monatliche Abrechnung ist durch. Oh. Hier hat es genau funktioniert. Na. Ziemlich genau. Aber jetzt kippen wir ruhig alles ab. Weil den Rest brauchen wir jetzt auch nicht. Wir kriegen gleich wieder neue Erde nach. So. Dann können wir das Ganze einmal bitte schließen. Und in Richtung Ausgang. Damit auch das noch gewertet wird. Ja. Aber er lädt jetzt auch nicht mehr so lange nach. Das klappt auch. So. Und den ersten Teilabschnitt haben wir fertig. Und 4000 Euro für ein bisschen Erde bekommen. Und in diesem Sinn sage ich für heute danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.